So, wir sind wieder zurück auf dem Sky-Server, wo ich nicht mal meinen Ring dabei habe, alles klar. Ja, ihr seht, hier hat sich ein bisschen was verändert. Meine Tinker Schmelze ist hier verschwunden, die ist jetzt hier hinten, denn die wird etwas größer gebaut und prächtiger. Nein, Spaß, ich brauche mehr Platz in der Schmelze, deswegen ist das jetzt eine 3 mal 5 Schmelze, wenn ich nicht alles täusche, 2, 4, 6, nee, 3 mal 7, Arschloch, 3 mal 7 Schmelze. So, das war weg. So, denn wir brauchen viel mehr Platz in der Schmelze. So, und das dann natürlich auch ganz ohne Monster und das heißt auch, wir müssen die Lava-Produktion, ihr seht, die ist auch verschwunden, nach da drüben verfrachten, ist aber auch kein Problem, wenn erstmal die ganzen Mobs verschwunden sind. So, wir fangen auf jeden Fall mit der Tinker Schmelze an. Ihr seht, ich habe in der alten Schmelze noch ein bisschen was durchgebrannt. Das musste auch sein, denn es war sehr viel. Das und wo ist der andere Tank? Wo ist der Glast? Ah, da ist er. Denn wir bauen das hier... Ah, die... Komm, 1, 2, 3, dann warst du weg. Okay, wir bauen den nämlich auch noch etwas größer und zwei weitere Blöcke. So, dann die Ausgänge einmal hier und einmal hier. Dann kommen noch zwei Ausgänge hin. Die kommen dann hier hin, einmal für Nuggets, äh, Ingots und einmal für Blöcke. Und dann werden wir uns jetzt noch ganz schnell drum kümmern. Wir brauchen also zwei weitere Tanks. Dafür, soweit ich weiß, brauchen wir Glas. Hier haben wir noch ein paar Bricks. So, ähm, Sherry Glas, da. Eins und zwei. Ähm, nicht den Controller, das da brauchen wir. Eins, läuft. Wie machen wir die Teile nochmal aus Grout? Wollen wir da nicht zufällig noch irgendwo was rumflattern? Ha, anscheinend nicht. Also brauchen wir auf jeden Fall Gieß, Sand, und irgendwo haben wir noch Clay, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ein Clay. Hier haben wir noch was. Äh, bub, 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 bub. Nee, wir wollen das da haben. Das und das. Die muss jetzt natürlich erst mal gebrannt werden. 5 Bereichen aus. So, Glas kann wieder weg. Genauso wie das Zeug. So, das kann erstmal hier rein. Die Trash-Canon im Inventar, das ist die, die neben dem Dings da war, ja sag schon, neben dem Crafting Table, denn, wie soll ich sagen, staubst du meinen Ring haben, die kommt eventuell hier unten ran, wenn ich hier finde ich sogar neue crafte, denn, ja wie soll ich sagen, es wird mir zu viel mit dem ganzen Zeug, was da immer rauskommt. So, erstmal ganz kurz alles hier ein bisschen umlagern, weil ich die goldene Kiste gleich brauche. Kommt raus hier. Ja, was heißt, die goldene, die Eisenkiste brauche ich gleich. Die kommt nämlich wieder vor den Controller. Darunter kommen dann die Cables lang und die Teile. So und die machen wir hier hin, die machen wir hier hin. Da brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen was, aber alles kein Problem, hier oben können wir schon mal zu bauen, das brauchen wir noch und das und hier sind die, ich bin bescheuert, ernst, ne wartet mal, hä, wo kommt denn jetzt dieser Ausgang her, egal, so, die daran, die Teile können schon mal hier rein und jetzt bauen wir oben natürlich gleich weiter, dazu ist mir jetzt aber erstmal ein Bild aus Wands, uns würde das zu lange dauern, so, die ist jetzt hier oben, 1, 2, 3,5 und so kann man natürlich nicht hoch bauen, 3,5, 6,5, 9,5, ich verstehe das nicht, wieso das mit dem Bild das Wands hier einfach nicht so will, wie ich das gerne hätte, aber gut, so geht es auch, dank dem Angel Ring geht das ja total easy, so, ja, in der Zeit kann halt das Crowd in Ruhe durchbrennen, so, höher machen wir die Schmelze auf jeden Fall nicht, dann brauchen wir hier die komischen Creeper Bricks, die hier hoffentlich auch gleich zur, ja, naja, ja, gecraftet kommen, so, so, die Schmelze müssen wir oben dann natürlich auch noch zubauen, versteht sich auch von selbst, so, das war es dann erstmal für die Schmelze, ähm, ja, wir gucken mal wie es aussieht im Ofen, was hab ich, wo ist das Crowd, ach nee, ich hab voll den Fehler gemacht, ja gut, kann jedem mal passieren, so, ja, ja, dann kümmern wir uns erstmal um die Lavaproduktion, äh, das haben wir hier, das kommt alles hier rein, das brauchen wir und den Rest haben wir im Inventar, denke ich mal, so, 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 Acht Stück, eins, zwei, halt, da muss eins höher gebaut werden, so, 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 weiße Kackkonstruktion, aber wir werden gleich noch ein paar mehr bauen davon, von den Cruiser Builds, wir werden das hier unten richtig schön ausnutzen, Wir brauchen jetzt noch 1, 2, 3, 4, 8 Stück. Und warum sammle ich die ganze Zeit den Mist von den Hühnern ein? Ich liebe es nicht. Vor allem diese Hühnerkacke. Das haue ich jetzt erstmal alles hier mit rein. Ist mir das erstmal egal. Wir brauchen dann später noch ein paar Hebel und hier sagt schon Redstone Fackel, denn das ist jetzt 3, 4, 5, 6. Wir brauchen noch Redstone Glocks. Noch 3 weitere Hebel, dass die auch jederzeit wieder ausschalten können die Glocks. Redstone. Die haben wir da. Da brauchen wir noch Steinchen. Steinchen. Hallo. Warum habe ich hier zu viel Redstone? Ja, also genau. Warum habe ich hier zu viel Redstone Fackeln gemacht? Wenn ich mehr Redstone brauche, reicht genau für 3. Ich brauche noch eine. Ich brauche noch eine. Das und das. Hier kann man schon mal raus holen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, das dafür. Tinkers. Da haben wir den Stein. Da, 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 da. Einmal so und so. Ich glaube, das hier reicht dann nicht. Wir brauchen noch 3 Ausgüsse. So, gerade mal einen. Ja, gut. So, da kommt der da hin. Dann kann man die hier auch schon mal ranpappen. Die hier können wir auch schon mal ranhauen. Und die Hebel dazu. So, genau. Aktiv ist noch nicht, weil dort noch 2 Blöcke fehlen. Ich habe schon wieder so ein Mist eingesammelt. Äh, das Loch müssen wir auch noch irgendwann stopfen. So, hier ist der nächste Ausguss. So, und einen brauchen wir noch. Und wie viel haben wir noch drinne? Keins mehr. Schön. Äh, das, das und das. So. Hat sich das auch geklärt haben wir es gleich vollständig. Äh, das hier rein, das da rein, das da rein. Dann, genau. Wir wollten noch 4 weitere Crucibles machen. Die bekommen wir da raus. Die bekommen wir da raus. Und das bekommen wir aus Clay und Bone Meal. Dann machen wir natürlich auch gleich ein bisschen mehr. So. Äh, das und das. Das wollte ich nicht. So. Reicht genau für 4 Stück. Das ist klasse. Ähm, da rein mit dir. Den Bilderswand brauchen wir erst einmal nicht mehr. Redstone wird auch erst einmal nicht benötigt. Die Sticks auch nicht mehr. So. Das hier hin. Das, das. Die Lava dort hin. Das da. Das Wasser ist dann für die Obsidian Produktion. Wir wollen dann aber auch aus unserer Kiste, aus unserer Eisenkiste eine Diakiste machen. Ich war der Meinung, es hat noch so ein Diakiste. Das scheint weg zu sein. Gut. Ähm. Ja. Ja. Die haben wir. Die Pixen. Cool. Uhhhh. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. So, da ist schon wieder so ein schwarzes Etwas, oh meine Güte, was ist los mit euch, und wie da so irgendwas auf Speed ist, ernsthaft, leckt mich doch am Hinterteil, warum hab ich, da hat schon irgendwas, das Fiat den Armustern zerschossen, ernsthaft, so jetzt kannst du dich noch kreuzweise, so, ja, es ist schade, dass heute auf dem Server niemand ist außer mir, aber gut, ich verstehe es, CO2 und Rezeptum sind schon sehr weit, und die rennt uns eigentlich ein Wort wirklich davon, ist allerdings auch nicht so schlimm, denn, ja, ich mach halt alles alleine, ich spiel auch hauptsächlich nur abends, vormittags lass, wenn ich vormittags oder nachmittags online bin, dann hauptsächlich wegen Vorbereitung für die Folgen, ernst, so, das und das, das und da, und die Schmelze läuft, jetzt brauchen wir noch mehr davon, scheiße, ich brauche noch einen so ein Crucible und einen so ein Tyre, das sind sieben und sieben sind vierzehn, zwei Hammer, also zwölf, zwölf stück, das müssten wir doch hinkriegen, so, das, 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 wir machen sechzehn, haha, Groud, genau, bevor ich das falsche brenne, äh, dann setzen wir uns dabei schnell an die Lavaproduktion und dieses eingesammelt geht nur so auf den Keks, 1, 2, 3, 4, hä, 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 hä Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. What the fuck? Ne, dann können wir das auch näher dran bauen. So und so, weg damit. So, da und da, da und da. So, hier kommt die Lava raus. Und in die Schmelze geht die Lava natürlich rein. So, das und das. So, genau. Hier geht es dann überall rein. Und alles Weitere bauen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschü tschü. Bis dahin. 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 Vielen Dank.